Ich brauche mehr! Die fallen nicht in größeren Gruppen... Und die kommen dann in größeren Gruppen... Mimimi... Ma ma ma... Das siehste gleich! Jo, im Moment... Schaut's gut aus... Da... Da liegt Knilch... Den können wir gleich mal Quest behalten! Möchtet, dass ihr die Kugel auf dem Balkon... Auf der Terrasse der Magisterbund nutzt... Machen wir, wenn wir... Jemals da hinkommen... Jetzt kommen... Mehrere von den Viechters... Äh... Das glaube ich... Ist auch nicht so normal... Das machen wir genau... Dass hier so viele davon kommen... Ist eigentlich nicht so Sinn und Zweck der Sache... Aber... Gut... Ich hab keine Wahl... Wir kommen dann gleich wieder... Alter Schwede... Was geht hier ab? Jetzt muss ich warten, bis das da ist... Damit ich wieder Leben kriege... Jawohl... Das waren viele... Aber das waren ja jetzt wirklich extrem viele... Das sieht mir schon nach Doppelsborn aus... Hm... Jo... Machen können wir auch nichts dagegen... Da hilft nur hier vorne irgendwo ein... An... Ancasten... Flügelchen an... Einzelne runterdreschen... Warten... Jetzt erst die Heilung... Und... Hier oben... Keule ein... Das... Das... Warten wir wieder ein Weilchen... Jetzt... Und... Das geht schief... Jawohl... Aber wir haben ein paar... Raus... Wir machen einen kleinen Quantensprung... Bis gleich... So... Da sind wir wieder... Ähm... Tanki Aura... Hab ich ausprobiert... Ich hab da leider ein kleines Problem... Ich muss es zugeben... Und das nennt sich Einhand Streitkulbeln... Bei Fertigkeiten Streitkulbeln... Hab ich leider nur 75 von 400... Das muss ich mal nachschreiben... Und... Wir müssen das Ganze jetzt nochmal auf... Die Art und Weise machen... Ziehen und... Hier beamen... Das geht leider nur so... Hand auflegen... Nein... Ah... Heidrank hätte ich nehmen sollen... Aber hier kommen auch sehr sehr viele, oder? Aber wir haben schon mal wieder ein paar... Raus... Und nochmal Quantensprung... So... Da sind wir wieder... An derselben Stelle... Jetzt liegen hier zwei... Ähm... Bam... 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 Ja... Irgendwann hab ich auch keine Haltbarkeit mehr... Das Problem ist ja, dass ich 30 Sekunden lang... Nachdem ich die zornige Vergeltung gemacht habe... Keine Hand auflegen drücken kann... Das Wichtigste ist auf jeden Fall... Da da... Und... Haben wir jetzt schon so viel rausgenommen... Ich weiß nicht, ob ich... Ähm... Wenn ich rückwärts laufe... Ich weiß auch nicht, was hier so viel ausmacht... Aber... Irgendwie mal geht's... Mal geht's nicht... Kriege ich hier die Weihe zurück? Jetzt auf einmal passiert hier ja ja nichts... Äh... Darf ich keine Weihe machen? Haben die irgendeinen Magiereflex? Hä? Der ist schon mal runtergekracht... Wichtigste ist meine eigene Heilung... Der ist wieder runter... Das ist krass, wenn die so in... Ohne Weihe geht das wesentlich besser... Aber ich sehe auch nichts, dass die irgendwas zurückwerfen... Hä? Äh... Wenn wir uns nochmal hinlegen, muss ich draußen vorher noch rappen? Aber das ist ja auch nicht schlimm... Was konnte der denn? Äh... Ja... Heute mal völlig unvorbereitet... Wie immer... Mist... Ja... Aber... Der macht schon mal max damage... Aber... Der Lebensding... Hammer... Ein... Da muss ich... Doch sicherlich wechseln, oder? Auf den Mob drauf... Jawohl... Und... Kann ich hier? Nee... Ziehst du mir hier irgendwo Leben ab? Jawohl... Heilung... Mach mal wieder die Bubble ein... Was ist denn das... Verursacht... Ah... Garnschaden... Nicht mal wenig... Alter Schwede... Hilfe... Ich brauche nur große Heilung... Und ich brauche gleich Hand auflegen und sowas... Warte mal... Machen wir mal so um... Dass ich das da hab... Und das da... Jetzt müssen wir dem... Maximum... Damage... Früh gehen... 13.000 Leben hat er noch... 4.800... Und da... Oh... Alter Schwede... Was hat denn der mir gegeben? Hier help- Aber das hier ist auch ne... So... End... Level... Endganger... Instanz... Ja... Ist schon richtig heftig... Aber wir haben auch nur ein kleines Stückchen bis jetzt gesehen davon... Hier kommen noch ganz schlimmere Sachen... Ob das mal so flühe so vielen Probleme kriegen... Damit habe ich nicht gerechnet... Jetzt auf jeden Fall so wir jetzt die Kugel an sniffen und ich bin mal kurz ruhig... Musik 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 Ich dachte schon, er hüpft raus. Mit? Musik Schweigt Sterbliche. Jawohl. Mach mal, wir schweigen. Halt die Klappe. Nein. Ah, bam 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 bam. Da lang und da lang. Ja, dann. Ja, komm. Das machen wir aus. 66.000 Leben. Jawohl. Der ist so groß und hat auch noch so viel Leben. Das könnte schon mal ein Weilchen dauern. Da unten läuft schon der nächste davon. Aber das kennen wir ja noch aus einer ganz anderen Instanz ne. Aber, niedlich ne. 내� огром, möchtest du auch mal haben. Als pet Spiel Belässt alm europäisch Schmerzt Aus Luft So, da liegt der auch im Dreck. Da holen wir uns dann gleich die nächste Schildwache. So, da stehe ich ein bisschen besser. Da muss ich nicht an die Kniescheiben, aber doch nicht an die Knöchel, sondern an die Kniescheiben. Jawohl, immer drauf da. Oh, komm hier, nutze Brock genau, wenn er schon mal da ist. Eine Stelle zum kurz durchatmen. Ei, der haut mir aber jetzt schön rein. Warum müssen wir meinen Brock so nutzen? Jawohl. Und hier kommen wieder schöne, noch größere Gruppen. Gleich mal nachbaffen. Das ein, das ein, das da. Gucken, was um die Ecke kommt. Da kommt schon mal ein bisschen was. Jawohl, für den Dämon machen wir das da. Was war das? Jawohl, das ist der Heiler. Dann stellen wir den mal hin. Ach so, immun, jawohl. Da war ja wieder was. Du hörst mal auf zu kosten. Kurschen. So, dann... Nein, dann haben wir den da. Und dann haben wir den da. Ich dachte schon, der kommt jetzt auch noch mit dazu. Ah. Dann wäre es gewesen. Na, komm noch mal um die Ecke. Genau, komm mal. Ja, du. Siehste. So geht halt. Da hat doch noch einer gekurschtet. Sag ich doch, die tut doch nur so, als wenn die da unbeteiligt ist. Genau, siehste. Dichtsam mal ein bisschen raus. Wo ist denn jetzt der andere Knilch hin? Patrouillenknilch. Seh ich nicht mehr. Oh, hier an den Seiten war noch auch irgendwo was. Da ist Patrouillenknilch. Da warten wir doch glatt. Die hier sind nämlich auch gekoppelt. Du musst dir übelst aufpassen. Eine Gruppe kannst du, glaube ich, stehen lassen. Das ist nur rechts, aber es ist mir alles so heikel. Ich habe mich schon oft genug hingelegt heute. Ähm. Ähm. Was? Fähig. Schlau. Jojojo. Okay. Der Einzeln ist erträglich. Was machen wir mit dir? Bam, bam. Und schauen mal, was kommt. Genau. Jetzt machen wir noch eine Weile. Der ist schon raus. Der hat es schon erlebt. Die wehren sich nicht gar so fürchterlich. Der hat es auch erlebt. Wir können mal in Ruhe looten. Was? Das sind alle? Das waren nur vier? Drei? Hä? Glaube ich doch gar nicht. Aber scheint so. Gut. Dann kaste ich mal den Knilch ein. Gucke, was kommt. Wenn du Schwein hast, kannst du bis hierher immer einen fucken. Nein. Boah. Heiler. Jetzt nicht mehr Heiler. Der hat durchgeschmissen. Sah und. Die Heilung war besser. Die Frage ist, wo der steht, ne? Ach, das ist der da. Nein. Nein, 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 nein. Komm mal mit, du. Komm mal mit. Das schaffst du doch bestimmt bis hierher. So, jubel. Das sieht doch schon viel besser aus. Irgendwann muss ich auch aus dem Kampf rauskommen. Wenn da nur ein Hexenmeister dritten steht, geht das vielleicht noch. Jo. Mach dich mal schön voll an dem, gerade wenn der versucht wegzulaufen. Ach, Quatsch. Das geht. Wir sind aus dem Kampf raus. Jawohl. Gleich nutzen. Das bisschen Leben machen wir so. Hetzt. Dann hat man dich gar nicht gezogen. Krass. Ja, bei dem könnte ich Schwein haben, dass da wichtig umfällt, wenn der Hexenmeister umfällt. E.U. Ist auch so. Den können wir... ...den Druck gleich da hin ausnutzen. Boah. Boah. Ne, 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 ne. Da müssen wir aus dem Umegel. Jo. Das wird sonst nämlich böse. Hier müssen wir auch ein bisschen gucken. Jupp. Fight. Jupp. Hexenmeister. Jupp. Oh, die bleibt trotzdem. Aber im Moment nicht schlimm. Sollen wir hier draußen stehen? Ne Naga? Aha. Ihr seid betrieb. Jupp. Macht nix. Oh. Die Karste durch. Magierwache. Ihr fühlt euch wieder nüchtern. Das ist schon mal schön. Ich würde mich gerne siegreich fühlen. Was? Was? Bohren hast du auch noch. Ja gut, du hast viele Hände. Da passt was rein. Alter. Schöne. Viele Hände, viele Kekse. Uiuiui. Jupp her. Wo ist mein Epic Loot? Hier steht auch noch irgendwas. Du schon wieder. Komm mal mit, du. So einen Cast hätte ich auch gerne. Der auch mit 1000 einschlägt, weißt du? So, dann können wir uns mal wieder frisch machen.